Hey, wir sind endlich wieder in Senjas. Wir sind voll ready fürs Lager. Ich freue mich mega auf das Lager mit dem Hund und mit meinen Kollegen. Wir haben den Militärzimmer gefallen, dass mein Hund so gut mitgemacht hat. Ich freue mich. Mir hat der Canyon Cross sehr gut gefallen, weil ich jedes Jahr mit meinem Hund sehr gerne renne. Die Verwanderung war mega cool, wir sind auch drei sehr gerne dabei gekommen und es hat einfach Spass gemacht, zusammen zu sein zu bringen. ZITES war heute hier, um uns zu zeigen, wie bedrohte Tierarten von Wildern gejagt werden und wie man so zum Einreissen die Bestimmungen hat. Sie haben einen mega herzigen Labrador mitgenommen und uns dann verschiedene Sachen gezeigt, wie er verschiedene Lederarten oder auch Krallen im Koffer findet und diese dann anzeigt. Und so nicht deklarierte Waren auch im besten Fall aufspüren und finden. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017